So, damit sind wir schon bei der letzten Aufgabe für diese Woche, nämlich Baue im Sturm. Wie ihr baut, dürft ihr eigentlich jedem wieder klar sein. Einfach nur eine Treppe bauen, einen Boden bauen, eine Treppe, einen Boden. Aber hier seht ihr, das ganze zählt noch nicht. Ihr seht schon hinten, der Sturm kommt langsam auf mich zu. Ich mache das Ganze natürlich in Gruppenkeide. Aber vorweg, wenn ihr mich supporten wollt, gerne ein Like auf das Video da lassen. Wenn du kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die letzten 24.000 XP für heute, die ihr natürlich auch nicht holen könnt. Und dann gehen wir einfach in den Sturm und zack, eins, zwei, drei, vier, ganz viele. Eigentlich müsste es jetzt schon bald gezählt haben. Und wir bauen einfach, einfach irgendwas bauen. Ihr müsst nicht editieren oder sonst irgendwas, keine 90s, sondern einfach nur bauen. Und jetzt hoffe ich mal nur, dass das Ganze auch mal langsam anfängt zu zählen. Weil das ist eigentlich gemeint. Na, wann fängt die Aufbau an zu zählen? Wollen sie mich hier wieder ein bisschen veräppeln? Und? Ah, der Hintergrund. Ah, da ist es doch. Also, in dem Sinne würde ich sagen, genau so macht ihr das auch. Macht es einfach in Gruppenkeide. Das ist am einfachsten. Da habt ihr auch direkt Metz. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim Leveln. Und wenn ihr den Skin auch haben wollt, beziehungsweise den Stil, einfach alle epischen Aufgaben machen, bis ihr 70 zusammen habt. Und dann habt ihr auch den Stil. Und euch noch viel Spaß beim Leveln. Haut rein. Dann Vielen Dank.